Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Tales of Systerea! Wir sind in der einen Stadt, dessen Name mir gar nicht einfällt, wie hieß sie? Oh Gott, wie heißt sie? Lady Lake. Wir sind in Lady Lake und haben hier ein kleines Headpress gestartet, wo eine Bande von Kindern sich der Diebe reinbezüchtigt. Und ja, wir schauen mal, wohin das führt. Hey! Oh, Dezel, wie war das? Das Haus war Akiya. Sie haben sich die Dachy-Dom-Dom-Dom-Dom-Dom-Dom-Dom-Dom-Dom-Dom-Dom-Dom-Dom-Dom-Dom-Dom-Dom-Dom-Dom-Dom-Dom-Dom-Dom-Dom-Dom-Dom-Dom-Dom-Dom-Dom-Dom-Dom-Dom-Dom-Dom-Dom. Okay, wir werden ein Geld. Ich habe fast schon geöffnet. Ich habe nur noch einen Geist, aber ich werde es mit dem Angelegenheit und geheißen. Ich habe keine Hümmen, aber das ist nicht eine Hümmen. Das ist nicht so, wie ich meine Hümmen. Es ist nicht so, wie ich meine Hümmen. Ich habe nicht gesehen. Das stimmt. Ich bin schon mal ein, was ich hier in der Lage ist. Die Söhne sind wirklich aufgeregt. Alle anderen Leute, die Alisha und die Stadt. Wie ist das denn? Sie sind aufgeregt. Ich bin ja auch so. Es ist nicht das, was ich hier in der Lage ist. Das ist aber nicht so. Ich habe mich nicht mehr für mich, wenn ich es nicht mehr so sein kann. Rose, ja, ja... Geh, Süley. Geh'em aus. Die Kinder, die nicht in den Schleimern waren, haben sich in den Schleimern verletzt. Die anderen Kinder? Die Kinder haben sich in den Schleimern verletzt und verletzt. Oh, genau. Aber wenn ich auch als Kind... ... wenn ich mich verletze, wenn ich mich verletze, dann kann ich mich verletzen. Natürlich, aber... ... ich kann nicht verletzen... Ja. Was ist das? Das war die richtige Entscheidung? Auf jeden Fall liegt hier erst das Ding. Komischerweise. Das ist... Das ist eine der erste Schiene der Stadt. Es war ein kleineres Kind. Ich fühlte mich so, dass ich mich für die Einladung habe. Oh, das ist toll! Hä? Oh... Blü, der Herr Herr, haben wir hier geschaut. Das ist das, was ich? Natürlich, ich habe auch Geld. Nein, nein... Das ist ein Geld. Wenn ich mich für die Einladung habe, dann bitte bitte. Oh, dann. Untertitelung des ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Das war mal interessant Wie dem auch sei Ich schätze mal, wir haben unser... Dass ihr mal anfangen zu reden, wenn ich rede So, erstmal, wir hatten irgendwas an Fashion bekommen Goofy Glass ist eigentlich zweimal, warum auch immer Ja, oder man lässt es einfach weg Ja, lassen wir das Und eigentlich waren wir ja auf dem Weg Aus der Stadt raus Halt, bevor wir da rausgehen Will ich da nochmal hinschauen Da waren auch noch ein paar verschlossene Truhen Vielleicht können wir davon welche öffnen Ähm, ja Ja, aber zu dem einen Trial Der außerhalb der Stadt ja sein soll 6.000 galt Dann ist der Abstecher nicht gelundet Dann ist der Abstecher nicht gelundet Dann ist der Abstecher nicht gelundet Okay, jetzt zum Wasser fern das mal Ich mag mal nicht Da durch den Nordosten gehen Sondern einfach nur westlich Und den Stein zerschlagen Wenn wir da noch was Da müssten wir erst durchkommen Ja schön So, da oben ist ein Schweizerpunkt Nehmen wir mal mit Denn hier war ein starkes Vieh Und das schaffen wir jetzt hoffentlich Wir sind nämlich jetzt Level 33 schon Wo bist du? Irgendwo war es doch Da So Erde Kann da Oh Wechsel mit der Flucht ab! Und das ist die Erweiterung! Ihr kommt auf? Wir sehen uns nicht! Wir sehen uns nicht nur die Runde auf! Die Gäste! Dann sind wir klar! Das ist das Ende. Wie gesagt, dass die Begründung der Flucht ist, ist es hier zu sein. Da muss ich nichts suchen. Ich hab den am Anfang gespielt schon gesehen. Meine Güter. Fata. Gibt es da noch einen Speicherpunkt? Ich bin nicht so schnell, Schaupp. Das ist aber das Geheimnis, aber ich möchte noch einen Speicherpunkt geben. Es gibt diese Geheimnis. Ich bin glaube, das sind die Reise des Geheimnis. Ich bin die Reise. Ich bin die Reise, die Reise des Geheimnis. Ich bin ein bisschen zu sehen. Es ist sehr, dass ich das Geheimnis habe. Ich bin die Reise. Die Seite ist der erste Kugel, und ihr seid ihr Schreibtisch. Also, ich glaube, dass es ein sehr starkes Hjohma ist. Was man das, was ich? Nein. Ich habe die Möglichkeit, die Hjohma zu beurteilen, was er zu sehen ist. Ich habe die Hjohma nicht nur den Hjohma. Ich habe die Hjohma nicht nur einen Grund dafür. Ich habe mich daran verstanden, was ich. Ich habe mich daran verstanden, was ich. Ja. Es ist ein sehr schwerer. Hahaha. Das ist so ein Geheimnis. Ich wünsche mir das. Das Geheimnis. Das ist mein Geheimnis. Es ist okay, aber es gibt keine Angst. Ich habe keine Angst. Was ist das? Das ist ein Schildsau. Das ist mein Geheimnis. Das ist ein Schild. Das ist ein Schild. Es ist ein Schild. In dem fall weiß ich, was wir machen wollen. Die sind gar nicht da! Nein! Kann ich das neu kasten? Fand ich nicht so. In dem Fall warte ich... ...hier. So. Puh, das war knapp. Klicke nach einer Decke. Nein. Irgendwo aus dem Boden kommen wird. 37. Ich kenne mich zum Menschen. Ich bin ein Wadler. Sie sind in der ganzen Lage, ich bin ein Fan. Auch es ist gewiss. Du hast keine Wartel zu sagen. Wahnsinn! Ich bin ein Wader, nicht so. Ich, die Zellen zu sagen! Also so. Wie geht es im Bett? Das ist ein Kogunifor. Habe ich eigentlich mehr Ahnung? Was kommt mir das vor? Ja! Rending Gale. Crimson Etra von Sonic Thrust. Oh, da macht er das so. Was ist das so denn? Oh, 37 Dark Knight. Oh, da macht er das so. Gute Dirt. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist ein Erdbeer. Hallo, es ist ein Elefant. Er hat mich, glaube ich, gesehen. Es ist kein Elefant, es ist ein Aquafant. Es ist ein Elefant. Gehen wir erst mal in Central Covern. Was ist das denn? Das sieht nicht nett aus. Es ist ein Warpf. Nach unten? Dann kommen wir auch wieder hoch. Ah, cool. Noch ein Elefant? Kein Elefant. Ich muss schon mal so ein Auge haben. Okay. Warum sind hier eigentlich alle weak gegen Stein oder Erde? Ja, guck mal. Oh. Achete, ich bin Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020